Hier muss man natürlich auch fragen, warum hat sich der Islam eigentlich diesbezüglich, was Dauerarbeit angeht, warum sind so wenige Menschen zum Islam übergetreten in den letzten Jahren oder in den vorletzten Jahren viel mehr. Denn die Frankfurter Allgemeine, die schrieb im März 2007, dass die Anzahl derjenigen, die zum Islam übergetreten sind, im Jahre 2004 1.000 betrug, im Jahr 2005 4.000 und im Jahr 2006 14.000. Aber wir fragen, was war davor der Grund, dass kaum einer zum Islam übertritt? Der Grund war auch unter anderem, weil es einfach keine Aufklärungsarbeit gibt. Der eine hat seinen Club, der andere hat seinen Club, der eine hat seinen Club, die haben ihren Club und die Muslime haben Angst, mit anderen Leuten über Religion zu reden, weil sie denken, damit würden sie irgendetwas Falsches machen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wir müssen uns nicht einschüchtern lassen. Glaubt es mir. Ich habe so viele Aktionen jetzt in letzter Zeit erlebt, wo Leute eingeschüchtert werden, wo da irgendjemand auftaucht. Und natürlich, wie gesagt, zu 99% in Deutschland, Alhamdulillah, geht es super ab. Ja, also vor allen Dingen von Behörden wie Polizei und so weiter. Aber es gibt noch den 1%, wo man denkt, man ist irgendwo in, keine Ahnung, in Burkina Faso oder so. Wo dann jemand dahin geschickt wird und die fangen an, den Hallenbesitzer einzuschüchtern oder Moscheebesitzer einzuschüchtern. Also, ja, wenn sie den einladen und Pierre Vogel und Dawa und ihre Moschee wird zugemacht. Deswegen muss ich nicht unterdrücken lassen, es gibt Gerechtigkeit in diesem Land. Und da muss man sofort Bescheid sagen. Einmal ist es uns passiert, dass von der Stadt jemand zu einer Halle geschickt wurde. Diese Aktion, wie ich erzählt habe, Ordnungsamt, ja, hin und her und kreuz und quer. Und die fangen an, den Einzelschüchtern vom Ordnungsamt. Da haben wir sofort dem Rechtsanwalt Bescheid gesagt. Der hat dann bei denen angerufen im Rathaus, ja, weil das von dort aus kam. Und da war die Sekretärin direkt so, ja, ich bin ja nur die Sekretärin. Ja, deswegen, man muss sich nicht kleinkriegen lassen. Wir rufen nicht zu irgendetwas Unvernünftigen auf. Wir rufen dazu auf, dass die Menschen sich hier vernünftig benehmen. Ein Muslim, der den Islam richtig verstanden hat, wird ein gutes Beispiel sein für diese Gesellschaft. Aber wir sehen tausende Muslime in Deutschland, die den Islam nicht richtig verstanden haben. Schaut euch die Justizvollzugsanstalten an. Alhamdulillah, es gibt jetzt viele Leute, die da zurückkehren. Aber wieso sind die da gelandet? Sind die dort gelandet, weil die gute Muslime waren? Weil die zu Hause islamisch aufgezogen wurden? Nein, die sind dort gelandet. In vielen Fällen, natürlich, Aussätze gibt es bei allen. Auch bei der besten Erziehung gibt es Leute, die einfach Fehler machen. Aber in vielen Fällen ist es so weit gekommen, weil sie ihre Erziehung nicht vom Islam oder keine islamische Erziehung genossen haben, sondern ihre Erziehung haben sie aus dem Fernsehen, aus irgendwelchen Actionfilmen. Sie sind Jugendliche, die hier aufgewachsen sind und ich kann ein Lied davon singen, weil ich bin in Marokkanern, Türken und anderen Nationalitäten aufgewachsen. Und er fühlt sich hier als Außenseiter und identifiziert sich mit irgendwelchen Ghetto-Filmen aus Amerika, Boys in the Hood, Men is the Society, Blood in, Blood out und so weiter. Ja, und will dann den Bär machen. Subhanallah, heute habe ich noch mit einem telefoniert, der genau in so einem Umfeld groß geworden ist. Mit dem, den habe ich bestimmt seit zehn Jahren nicht mehr gesprochen, bis letzte Woche. Und heute hat er mich nochmal angerufen. Was sagt er zu mir? Er sagt zu mir, ja, weißt du, Pierre, ich war auch zwischendurch im Gefängnis gewesen. Weißt du warum? Er sagt, ja, ich weiß warum. Ja, du hast Freunde, die haben Ärger gehabt, dann hat man dich angerufen, dann bist du da hingefangen, denen zu helfen. Sagt er, genau. Nur Problem ist, dass einer war gestorben, bei der ganzen Aktion. Da hat ein Freund zehn Jahre bekommen, er war mehrere Jahre weg gewesen vom Fenster. So, aber der ist kein Muslim, sondern der ist ein Deutscher. Aber selbe System, selbe Umfeld groß geworden, hätte auch Ali sein können oder irgendwer sein können, aber diese Dinge findest du immer im selben Umfeld. In diesem sozialen Brennpunkt, immer dasselbe. Immer dasselbe, immer dasselbe System. Und dann hat man am Ende das Theater. Aber der Islam, der zeigt dir, dass es nicht cool ist, jemanden auf gut Deutsch auf die Schnauze zu hauen, weil anders kann man es nicht ausdrücken, sondern der zeigt dir, dass es cool ist, einen Schritt zurückzugehen. Dass es cool ist, nachzugeben. Denn der Prophet, a.s.w., was sagt er? Allah fügt durch Vergebung nichts hinzu, außer Macht, Stärke, Ehre. Das heißt, jemanden zu vergeben, einen Schritt zurückzugehen, schlauer zu sein, das ist das, was die Ehre gibt. Und damit gibst du ein gutes Beispiel für den Islam ab. Klar, wir haben alle unsere Fehler. Wir haben alle unsere Fehler. Wir haben auch schon von vielen Journalisten gehört, die von prominenten Schläge bekommen haben. Und so habt ihr bestimmt schon oft gehört. Ich muss auch immer eine Faust in der Tasche machen, wenn irgendwie so etwas erzählt wird. Aber ich sage mir, hey, relax. Cool bleiben. Wir sind alle Leute, die Fehler machen. Aber wir müssen versuchen, uns zu verbessern. Das ist der Punkt. Stell dir mal vor, stell dir mal vor, guck mal, warum haben so viele Leute ein schlechtes Bild vom Islam? Ja, hast du gedacht, wenn du in eine Schule gehst, in einem sozialen Brennpunkt, und du kriegst jeden Tag Schläge von Ali, von Mohammed, von dem, von Fuad und so weiter, meinst du, da kriegst du ein gutes Bild vom Islam? Hey, gib mal Handy her, Junge. Handy her. Ja, meinst du, hast du danach noch ein gutes Bild? Du fängst an, die Leute zu hassen. Weil du kannst nicht differenzieren. Du findest diesen, du kannst keinen Unterschied machen zwischen Islam und Muslim. Deswegen, eine wichtige Regel. Wir müssen zwei Dinge voneinander trennen. Islam und Muslim. Wir können das Auto auch nicht am Fahrer messen. Wenn ich einen Besoffenen einen schönen Wagen reinsetze, und er fährt gegen den Baum, heißt das auch nicht, dass der Wagen schlecht war. Oder? Nee, der Fahrer war schlecht. Oder, wie man so schön sagt, wie man so schön sagt, das Fleisch war willig, doch der Koch war schwach. Beispielsweise. Fleisch war gut, aber der Koch hatte nichts drauf. So, zum Beispiel. Deswegen haben wir, normal sagt man immer, das Fleisch war willig, aber der Geist war schwach. Der Geist war willig, doch das Fleisch war schwach. Aber ich habe das ein bisschen umgeformt. Das Fleisch war willig, doch der Koch war schwach. Aber Alhamdulillah. Aber ich habe das. Vielen Dank.